Ich will einen positiven Beitrag auf der Welt hinterlassen und ich bin der Meinung, bevor man irgendwie was verbessern kann, sollte man Sachen erst mal verstehen und da viele Entscheidungen, die auf der Welt getroffen werden, basieren halt nun mal auf ökonomischen Zusammenhängen und dann ist halt VWL genau das richtige Studium, denke ich. Kann ich nur gratulieren, dass Sie das Studium aufgenommen haben und dann noch in Mann haben, umso besser. Hallo, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ja, sehr vielen Dank. Ja, ich habe auch schon gesehen, Sie haben uns was mitgebracht. Danke, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. An Ihnen kommt man ja praktisch als VWL-Student der Universität Mannheim gar nicht vorbei. Sie unterrichten im vierten Semester Finanzwissenschaft. Können Sie einmal kurz erklären, was Finanzwissenschaft eigentlich ist? Ja, das mache ich sehr gerne. Die Finanzwissenschaft beschäftigt sich mit dem staatlichen Sektor und der staatliche Sektor in Deutschland hat ja einen großen Umfang, also er nimmt einen großen Teil der Volkswirtschaft wahr. Insofern ist es wichtig zu verstehen, was der Staat macht, warum er das macht, welche Wirkungen der Staat in seinen Aktivitäten hat, also zum Beispiel durch Steuern, aber auch durch Leistungen, die er erbringt. Für Schüler zum Beispiel ist auch das BAföG relevant und für Studierende. Also ganz viele Leistungen haben auch im praktischen Alltag Relevanz und damit beschäftigt sich die Finanzwissenschaft. Während der Corona-Pandemie wurden ja 440 Milliarden Euro vom Bund ausgegeben für Schutzausrüstung, Impfungen, Tests, die Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel. Sie waren ja Vorsitzender des Beirats des Stabilitätsrats und wie würden Sie beurteilen, dass die Ausgaben während der Corona-Pandemie den Staatshaushalt beeinflusst haben? Das war zunächst erstmal richtig, denn wir haben eine große Krise gehabt. Die Menschen und auch die Unternehmen sind in Not geraten und der Staat hat hier in großem Maße unterstützt, hat das gemacht, indem er halt viele Schulden aufgenommen hat, die natürlich auch irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Und da kommt der Stabilitätsrat hinein, der nämlich prinzipiell überwachen soll grundsätzlich, dass die Haushalte von Bund und Ländern nicht aus dem Ruder laufen, sprich, dass da hohe Defizite und viele Schulden im Laufe der Zeit anwachsen. Insofern hat der Stabilitätsrat, also das Gremium des Bundesfinanzministers und der Länderfinanzminister Brät sozusagen gesagt, ja, in dieser Zeit setzen wir die Schuldenbremse, also die Regeln, die begrenzen, wie viel Schulden und Defizit setzen wir aus, damit wir wirksam tatsächlich die Corona-Krise und jetzt die Energiekrisen bekämpfen können. Aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt daran setzen, dass wir auch diese Schulden wieder abtragen. In Bezug auf die Schuldenbremse, da wird ja auch oft die schwarze Null als Begriff verwendet. Ist die schwarze Null eine Religion? Ja, da würde ich sagen, ja, tendenziell ja. Obwohl das ist es nämlich was anderes, da muss man schon ein bisschen erläutern. Ich habe das in der Vorlesung, glaube ich, auch mal angesprochen, dass es einen kleinen Unterschied gibt zwischen der Schuldenbremse und der schwarzen Null. Die schwarze Null sagt, wir sollten sozusagen nie Defizite machen. Und die Schuldenbremse sagt, ja, Defizite sind möglich, aber in Rezessionen, also wenn die Wirtschaft ganz schlecht geht, dann darf man das. Während die schwarze Null würde sagen, macht das sozusagen nie. Und das ist keine gute Politik, weil wenn wir in eine Rezession kommen, dann sollte der Staat durchaus ein Defizit machen, weil er ja die Haushalten unterstützen möchte, weil er sozusagen Firmen vielleicht helfen will. Die Schuldenbremse ist aus meiner Sicht sinnvoll. Die schwarze Null ist für mich mehr so ein Fetisch, der weniger Bestand hat. Würden Sie sagen, bei politischen Entscheidungen wird die Wissenschaft berücksichtigt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also Wissenschaft wird immer wieder herangezogen als beratendes Gremium. Das kann verschiedene Formen nehmen. Das können richtige Gremien sein, so wie der Sachverständigenrat zur Gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der einen gesetzlichen Auftrag hat, die Bundesregierung zu beraten. Es findet aber auch ganz viel auf informeller Ebene statt, nämlich wenn ein Politiker oder Politikerin mit einem Ökonomin oder einem Ökonomen halt ins Gespräch tritt, weil er oder sie die Meinung dieser Person schätzt. Und dann ist es ein informeller Kanal. Beides findet statt. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass während der Corona-Krise eigentlich die Beratung durch Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler zugenommen hat. Wie ist die Wahrnehmung denn unter Studierenden, was die wissenschaftliche Beratung angeht? Ich glaube, dass die Politik schon auch auf die Wissenschaft hört, wenn man das so sagen kann. Aber dass es vielleicht noch ein bisschen mehr zunehmen könnte. Von außen ist das häufig schwer zu beurteilen, weil man sieht nur das, was vielleicht in den Medien passiert. Das, was auf informeller Ebene passiert, also sprich in den bilateralen Gesprächen möglicherweise, ist es schwer nachvollziehbar. Sie sind ja auch sehr in der Forschung aktiv. Und können Sie mir einmal die Frage beantworten, warum denn immer mehr reiche Menschen ins Ausland ziehen? Oder kann man das überhaupt so sagen? Man kann sagen, dass es natürlich erst mal viele Faktoren gibt, warum Leute umziehen. Wenn Sie die Reichen ansprechen, dann sind das häufig eben Leute, die nach Monaco oder nach Liechtenstein oder irgendwelche anderen Steuerparadiese ziehen. Man versucht sich herauszubewegen aus der höheren steuerlichen Belastung. In Deutschland, aber auch in anderen Staaten wie Frankreich, wo die einkommenssteuerliche Belastung höher ist. Das ist natürlich nicht der einzige Grund. Es gibt andere Gründe, warum. Das Wetter ist vielleicht am Mittelmeer in Monaco schöner als in Deutschland. In der Finanzwissenschaft, uns interessiert natürlich der Faktor Steuer. Welche Rolle spielen Steuern für die Umzugsentscheidung? Ich nehme an, dass Steuern jetzt für die Standortentscheidung Mannheim bei Ihnen noch keine Rolle gespielt wird. Nee, noch nicht. Ich habe mich für Mannheim entschieden, weil ich finde, Mannheim ist super kompakt und man ist überall schnell. Und ich bin auch super gerne am Wasser und das ist natürlich dann schön, wenn wir haben hier den Neckar und den Rhein. Wir studieren im wunderschönen Schloss. Was sind denn so Ihre Lieblingsspots in Mannheim? Ja, das Schloss haben Sie schon angesprochen. Ich muss sagen, da ich nicht in Mannheim selbst wohne, kenne ich überwiegend mein eigenes Büro und nehme leider viel zu wenig wahr von Mannheim. Aber ich finde ganz klasse, in generellen, außer der der Oberbürgermeister Kurz mal, glaube ich, gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, wenn man nach Mannheim kommt, dann weint man zweimal. Einmal, wenn man kommt und einmal, wenn man geht. Und ich glaube, da spielt er darauf an, dass das Mannheimer Stadtbild, wenn man kommt, erstmal so nicht so besonders schön aussieht. Das hat damit zu tun, dass Mannheim im Zweiten Weltkrieg halt relativ stark gelitten hat. Aber wenn man lang genug hier wohnt, dann stellt man fest, dass Mannheim unheimlich viele tolle Sachen zu bieten hat. Die Einkaufsmöglichkeiten, die Kulturangebote, die Universität, das Schloss. Und dann weint man sogar vielleicht, wenn man Mannheim verlässt, weil man dann gemerkt hat, wie etwas Tolles hier passiert. Ja, also die Mannheim hat unheimlich viel Lebendigkeit, was man auf den zweiten Blick vielleicht erst entdeckt. Ja, ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Es ist eigentlich für jeden was dabei, ob man jetzt irgendwie mehr kulturell interessiert ist oder sportlich oder auch mal als Student feiern gehen wird, Schneckenhof-Partys gehen wird. Waren Sie schon mal auf einer Schneckenhof-Party? Ich war schon mal mehrfach auf einer Schneckenhof-Party, weil die Fachschaft VWL ja immer wieder mal Professorinnen und Professoren einlädt, am Weißbierstand mit auszuhelfen. Das habe ich schon mehrfach gemacht. Man kommt mit Studierenden halt eben ganz gut ins Gespräch. Sie sind meistens überrascht, dass man da steht, weil sie einen ja nur aus der Vorlesung kennen und denken, man kann nur über abstrakte Dinge reden halt. Und dass man dann auch mal an einem Bierstand zusammenkommt, das macht auch Spaß. Das ist auch gut so, weil wir wollen ja auch ein persönliches Verhältnis haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich habe für mich festgestellt, dass ich so am Anfang meines Studiums schon noch sehr, sehr schüchtern war und mich nicht getraut habe, Fragen zu stellen. Man ist natürlich in einem großen Vorlesungssaal, wo nicht nur eine Klasse von 20, 30 Leuten ist, sondern viele Leute sind. Und da natürlich die Hemmschwelle ein bisschen größer ist, sich zu melden und was zu fragen. Aber im Laufe des Studiums traue ich mich immer mehr. Ich habe schon das Gefühl, dass wir mit allen Fragen kommen können und dass es den Professoren durchgehend auch wichtig ist, darauf zu antworten. Und das finde ich sehr angenehm und das vielleicht auch der Vorteil davon, dass wir so eine, also wir sind ja keine super kleine Uni, aber wir sind, ich finde es eine angenehme Größe. Es ist nicht anonym, sondern man kennt sich. Und wenn ich durch die Stadt laufe, dann treffe ich eigentlich auch immer jemanden, den ich kenne. Oder wenn man in der Schneckenhof-Bibliothek lernt, man fühlt sich schnell aufgenommen hier. Also um das fortzuführen, wir haben ja in Mannheim hier die sogenannte Studienberatung, die wir durchführen. Das ist so in dem Zeitpunkt etwa, in dem Sie sich jetzt befinden, um das vierte Semester, wo es darum geht, wo man sich als Studierender überlegt, welche Wahlkurse möchte ich im dritten Studienjahr nehmen. Und da ist eine Beratung durch Dozentinnen und Dozenten vorgesehen, also verpflichtend. Und ich habe das als sehr angenehm auch empfunden, weil da kommt man ins Gespräch, kann darüber sprechen, was interessiert die Studentin, der Student, welche Kurse passen vielleicht für das, was beabsichtigt ist. Was ist vielleicht die berufliche Aussicht, die man verfolgen möchte? Und wie kann man das Studienprogramm auf diese vielleicht Ziele abstimmen? Obwohl es verpflichtend ist, glaube ich, manche erst mal so vielleicht kommen und sagen, ich muss das jetzt machen. Häufig ergibt sich dann doch ein ganz gutes Gespräch. Und ich finde das für beide Seiten sehr befruchtend. Ich und alle meine Kommilitonen führen gerade diese Gespräche. Die Motivation hinzugehen war dann erst mal gering, weil man natürlich sich auch dann direkt mit den zukünftigen Kursen so ein bisschen mehr auseinandersetzen muss und nicht einfach so in den Tag reinleben kann, sondern man wirklich sich Gedanken macht, wo will ich hin? Das ist ja auf jeden Fall auch gut. Und dann, dass sehr viele mit sehr wertvollen Informationen, mit denen man auch gar nicht gerechnet hätte, zurückgekommen sind. Was dann zum Beispiel gute Masterprogramme sind, um weiter in der VWL zu sein. Wie gut, würden Sie sagen, bereitet die Universität Mannheim VWL-Studierende auf das Berufsleben vor? Ich glaube, wir bereiten die Studierenden gut vor, weil wir, glaube ich, erst mal ein sehr anspruchsvolles Programm haben. Wir verlangen ziemlich viel ab, aber das ist eben auch gut so und weil es gut vorbereitet und zwar auch für viele Dinge vorbereitet. Was ganz wichtig ist, ist die empirische Datenanalyse. Egal, wo Sie hinkommen, in einem Unternehmen, in einem Ministerium, in einer anderen Institution spielen Daten eine große Rolle. Und zu verstehen, was kann ich mit Daten anfangen? Wie kann ich sie interpretieren? Ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Wollten Sie mehr Datenanalyse im Studium noch machen? Wir haben ja in Statistik mit Daten oder mit R, mit dem Programm R oder der Software R gearbeitet und jetzt auch in Ökonometrie werden wir mit Starter anfangen zu arbeiten. Daten sind ja für die volkswirtschaftliche Forschung so unfassbar relevant. Ich arbeite auch beim Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung als wissenschaftliche Hilfskraft. Und da sieht man dann, dass die Sachen, die wir in der Vorlesung lernen, auch tatsächlich Anwendung finden und dass wir die auch brauchen, wenn wir als Volkswirtschaft arbeiten wollen. Und genau, das finde ich halt schön, dass wir auch wirklich Sachen lernen, die auch in der Praxis Relevanz haben. Auf jeden Fall finde ich das Schöne an der VWL, dass wir halt dieses gesellschaftswissenschaftliche und diese wirtschaftlichen Fragestellungen, die einem vielleicht auch als Abiturientinnen und Abiturienten so im Kopf rumschwirren, dass man die dann auch mit mathematischen Modellen irgendwie verknüpft und dann auch Prognosen vielleicht für die Zukunft auch machen kann. Jetzt, um nochmal zurückzukommen zu Ihrem Gegenstand. Was ist denn das, was Sie uns da mitgebracht haben? Ja, das ist ein ganz ungewöhnlicher Gegenstand. Es ist ein Büffel, ein steinerner Büffel, den man hier ganz gut, der wiegt auch ein bisschen Wasser, liegt gut in der Hand. Den habe ich aus dem Bundesstaat Colorado in den USA mitgebracht. Das liegt im Westen der USA und da habe ich fünf Jahre lang gelebt und an der Universität Colorado gearbeitet. Und das Symbol der Universität war der Büffel. The Buffaloes war das Kurzwort der Universität. Das ist typisch für amerikanische Universitäten, dass sie ein Symbol haben, ein Logo, wenn man so will, damit verbindet. Und diesen Büffel, diesen steinernen Büffel habe ich bekommen, als ich damals eine Festanstellung in Colorado bekommen hatte. Also ich hätte dort dauerhaft bleiben können, bin dann aber nach Mannheim gekommen, aus überwiegend familiären Gründen zurück wollte nach Deutschland. Aber dieser Büffel steht auf meinem Schreibtisch und erinnert mich eben an die Zeit in Amerika, was für mich eine sehr aufregende Zeit und interessante Zeit war, weil Amerika halt zumindest in der Zeit, als ich studiert und dann später promoviert und frühzeitig gearbeitet habe, viel mehr Möglichkeiten für junge Leute hatte, diesen Weg nach Amerika zu gehen und dann an so einer amerikanischen Universität zu arbeiten. Das hat mir viel bedeuten, hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt. Auch was das Unterrichten angeht zum Beispiel. Ich unterrichte sehr gern interaktiv, stelle viele Fragen in meiner Vorlesung, Versuche, Studierende mit einzubeziehen. Das kommt von Amerika. Der Büffel erinnert eben an diese Zeit und an die Erfahrung, die ich versucht habe, mit nach Mannheim zu bringen. Ja, wenn Sie gerade die Interaktivität im Studium ansprechen, das finde ich auch bei Ihnen in der Vorlesung immer sehr anregend, dass wir halt auch was fragen dürfen und generell da auch Diskussionen zugelassen wird. Ich habe eine Frage zum Rentensystem damals gestellt oder warum der Staatshaushalt so angestiegen ist während der Corona-Zeit. Wobei mir sehr gelegen ist und es ist schön, dass Sie es gemacht haben, dass auch mehr Frauen sich beteiligen. Es sind häufig mehr die männlichen Studierenden, die sich beteiligen. Aber es ist ganz toll, wenn Sie es gemacht haben und es zeigt, dass es funktioniert und dass man manchmal halt ein bisschen den kleinen Widerstand überwinden muss. Aber dann hinterher eigentlich, Sie zeigen es ja auch, dass man zufrieden ist, wenn man sich beteiligt hat und eine Frage gestellt hat. Es freut mich, dass Sie diese positiven Erfahrungen auch in der Veranstaltung gemacht haben. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Es hat mich sehr gefreut. Ich danke für die tollen Fragen. Danke schön.